das bringt mich da rein das macht das ganze ein bisschen angenehmer dass die daumen nicht der seite ist kein knopf nein ich sehe auch keine druckplatte es muss irgendwas mit denen zu tun haben habe ich so das gefühl das ist ja kein teleporter leider und der da portet nur menschen war das jetzt der hebel oder war das grund vor jordian tomb mhm ich habe natürlich von ihr den das ist nicht so gut das war auch nicht so gut außer ich habe einen anderen weg noch da rein geöffnet nö so so nein schade funktioniert mein teleport noch ja mache ich es einfach damit so 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 Genau, danke Das war auch nicht so gut Aber damit komme ich klar Jetzt, da ich auch langsam den Bogen raus habe, wollte ich sagen So Au, auf jeden Fall hat sich was geöffnet Ja, da hat sich was geöffnet Sie kann eh nicht helfen So, machen wir da schon mal den Weg frei Jo Und Tote einfach zu hacken Okay So, das war's hoffentlich mit denen Oh Wow Wow Hä 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 Zulich bin ich hier ein bisschen sicher. Hi Jungs. Ja. Das war jetzt gerade ein bisschen nervig, aber sind die auch losgeworden, die Jungs. Ja. Die Respawn zum Glück nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Glacier Boots, Protection wiegen sogar weniger. Jo. So. Ring of Regeneration, only level mage has aura strong mind. Wo consumption rate, das klingt ja richtig toll. Was haben wir noch hier? Battle mage charm. Battle mage charm. Oh. Sie hink zwar... Naja, sie hinkt nicht mehr wirklich hinterher. Er hink jetzt hinterher. Von daher... Kriegst du das mal? Du kriegst das mal. Glacier Shield. Hm. Okay. Freezing Field. Habe ich das schon? Habe ich das schon? Ja, habe ich schon. Okay. Und der Rest kann von mir aus hier bleiben. Glacier Gauntlet. Oh. Dexterity minus eins. Ah. Ist egal. Preservation habe ich auch bereits. Also kann das ruhig hier bleiben. Äh. Gut. Wo hat das jetzt gesteigert? Wahrscheinlich wieder Eis und Feuer ein bisschen. Kann da beides gebrauchen. Einen Schädel. Das geht mal zu dir. Und ja gut. Das können wir auf jeden Fall ändern. Dann Stuff Defense. Evasion 14. Resist of Alles. Aber halt Energy of Willpower. Was wir aber hier durch ausgeglichen haben. Ein bisschen. Und durch den Ring. Du trägst... Edward Cloak. Der ist besser als der. Ja. Können wir den aber trotzdem mitnehmen. Und die Kiste rausschmeißen. Gut. Gut. Ups. Naja. Ich geh mal eh jetzt stark davon aus. Dass da drin nichts mehr ist. Ja. Ich seh Gegner. Gut. Lass mich erstmal aus dieser Höllengrube raus. Und dann gehen wir erstmal wieder zum... Speicherstein. Irgendwas sagt mir ganz sicher dass da böse ist. Ja, irgendwann finde ich schon raus wie ich da reinkomme wahrscheinlich wie ich mit dem schalter was öffnen kann hier ist der ausgang okay voll sind wir wir müssen was ist das eigentlich ach meh ist das ja ja zurück geht das dieses mal hinter uns nicht so einfach zu so können wir nämlich gegen das fliegzeug hier draußen ein bisschen fighten wo wir uns ein bisschen bewegen können ja gut nummer eins ist weg nummer zwei möchte gleich bedient werden so nummer zwei ist bedient ich höre euch alle ich sehe eier das item changed using mindful bla 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 ja ancient weapon ist eine fernkampfwaffe ohne ladung die nicht wirklich viel schaden zu machen scheint okay okay mhm das war nicht so schön aber das kriegen wir auch noch tot sie sind auf jeden fall noch da die ice dinos der albtraum des original spiels das war nicht so schön wir uns fernkampfwaffe das war nicht so schön ja